So Leute, wir sind jetzt bei meiner ganz alten Schule, also Grundschule. Hier gibt es ein paar Spielzeuge. Da gab es die Fußballhalle. Da gibt es die Bauhalle. Da kann man klettern. Da ist die Kletter. Also da kann man auch klettern und rutschen und so alles. Da ist Baumhaus. Da hinten ist irgendwas zum, also da kann man halt so, keine Ahnung, Leute, keine Ahnung, was man da machen kann. Hier haben wir dann einmal diese Drehteile. Wir könnten eigentlich schon machen. Hier, drehen einmal. Uiii. Wuuuuiii. Okay, Lampen muss steigen hier. Da kann man drauf gehen und wie fett man da ist. hier können wir schön drauf gehen ich zeig mal bisschen schule hier ist nicht so ein große schule aber ist schule da kann man schön da ist auch sein kleines da kann man halt nichts machen da da ist der kleine hort also das ist so ein hort und ja da sind wohnungen da sind auch wohnungen da haben wir bisschen gebüsche und so da können kinder spielen und ja da ist die nicht die haupteingang aber so halt ausgang für die pausen und eingang für die pausen ich fühle mal jetzt bis hin von der seite könnt ihr ein bisschen schauen ich glaube leute ich glaube das wird ein kurzes video weil ich wollte euch eigentlich nur meine alte schule zeigen so sieht es aus so sieht es von seite aus hier komplett also da kann man da auch mal nicht hingehen weil das von wohnungen die garten ist zu kleinen garten haben die und hier geht es weiter könnte weiter schauen also es ganz kleine schule aber ein kleine schule aber ein süßes schule also kann man auf jeden fall hier gut lernen spielen alles mögliche machen also lohnt sich so leute das ist jetzt von seite von der schule da haben wir dann einmal die VAG firma ich versuche mal so gut zu filmen wie möglich so sieht es aus kann man jetzt nicht so sehen aber kann man so ist eine kleine vg firma also was für kleine firma das ist die hauptfirma von vg das geht weiter weiter und weiter hier wie gehen wir einmal ganz hinter und zeigt mal ein bisschen dort wie das dort so ist da sind bessere spielzeuge oder bessere klettergerüste oder sowas auch was man auch immer sagen will zeige ich euch mal ein bisschen da drüben ist auch sehr schön dort so leute hier ist dann die was das noch mal an hier ist auch so ähnliches wie schaukel kann man hier schön hier machen dann haben wir hier die mülltonne und die stromkasten ich weiß ist unnötig wieso sage ich das dann ist hier eine kleine ding auch wie ein schaukel da sitzt da vorne sitzt jemand hier sitzt dann jemand davon hier schaukeln ich würde gerne sitzen aber das nass darum kann ich nicht wir gehen einmal da hoch aber da können wir schon hochgehen und danach gehen wir da hoch das fußballplatz das spiel noch kindergarten fußball ich will die jetzt auch nicht so filmen weil kein bock auf eine anzeige bis dir weil man darf ja nicht leuten einfach so filmen aber mal schauen leute vielleicht vielleicht zeige ich euch auch dort wenn ich schaffe aber wir gehen einmal hier hoch wir sind hier einmal oben wir gehen mal hier weiter hier sieht das hier so so aus ich zeige euch ein bisschen noch mal die schule so das ganze von oben hier kann ich gerade nicht weil das nass ist vielleicht mache ich nehme ich euch mal bei sommer mit und danach für mich bisschen noch mehr die schule eigentlich eigentlich ist mein ziel in diesem video die ganze schule zu zeigen aber ja oder ich spende mal das video bevor das handy runter fällt bis gleich leute so fühle mich mal ein bisschen beleidigt dann ist hier so ein kleiner ziel ort man kann hier zu chillen sitzen und so bevor ich so meine mittelschule gegangen bin habe ich hier immer so gechillt und wir haben hier auch mit meinem leider immer eis gegessen und so gehen wir hier sieht es dann ende der pautenhof aus da ist die bosch firma da ist ein straße landesstraße also keine ahnung hier kann man ein bisschen machen ich kann gerade nicht hinsetzen weil es auch nass ist aber ja gehen wir weiter dann zeige ich euch mal kurz den baum haus noch hier sieht es von unten aus sieht auch gut aus hier sind wir oben jetzt filmen schon ein bisschen also ist auch hier gut zum chillen so kann man hier auch runter gehen aber ich auch nass alles nass so sage ich bisschen so leute jetzt sind wir wieder hier drüben auch scheiße man wird man kann man schaffen wir sind jetzt wieder rüben hier können wir eine schöne schule sehen leute ich beende das video langsam so leute das war es mit meinen alten schule zu zeigen ich hoffe es hat euch gefallen ich war lange nicht ich zeig erstmal mein gesicht okay spaß auch schöne grüße von mir ne geht auch gern zu gringo 14 abchecken das war es mit dem video leute tschüss wir sehen uns dann nächstes mal oder so tschüss 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 und Vielen Dank.